so hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen runde zum jami so wir spielen mit der kampagne auch direkt weiter aber vorher wollte ich mir meinen anderen charakter aussuchen dass wir nicht nur mit demselben spielen ja den hatten wir schon mal den auch den hatten wir auch schon den sowieso so wie unten haben wir so wie tun sie sind abgenutzt auch wenn ihm die marie ja komm okay dann würde ich mal sagen starten wir ich rede jetzt einfach mal dazwischen weil sie auf englisch ist so also gut gewehr das beiden auf jeden fall gewehr was haben wir sonst noch ich vergesse jedes mal wieder dieses deutsche gewehr hat die höchste schussrate zusätzlich zu seinem automatischen verschluss verfügt es auch über die höchste zum stufe ach hier ist die spring fehlt okay ach das ist das hier genau in der amerikanischen armee wird die m1 kabin verbreitet eingesetzt und verfügt über eine verbesserte schussrate und ein magazin mit 15 schuss ihre schwächen sind ihr hoher rückstoß und ihr grüner suchen als variante des us-standard garantgewehrs verfügt das im 1d über ein halbautomatisches bestückungssystem für ein magazin mit acht schuss im vergleich zur springfield besitzt es eine geringere bildungsgeschwindigkeit was soll das hier ach hier nehmen die einfach mal genau so die behalten auf jeden fall dabei da sind nochmals weniger landmiede mehr stoppen die brauchen wir nicht so ich würde sagen starten wir mal in eine ein weiteres kapitel so bibliothek des bösen wir kommen so mal gucken jetzt ja so so komm jetzt schmal lieber ab hier miss oh oh, nix hier weg, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe lauf, 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 kleines, lauf schneller, lauf schneller oh, alter, kannst du mal abzischen hier sehr schön, Kontrollpunkt, wunderbar jetzt ist ja wieder los, ne so, ziehe gib dich zum Bibliotheksplatz, alles klar ja, 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 ja was oh nein hä oh 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 weg da ein bisschen zurückziehen, würde ich nur sagen ja, dann gehen wir mal mehr hier ja, komm mal her, kommt mal her, kommt mal her so der macht der jetzt auch hier bummung müssen ne, von hier kommt keiner gut so, das hier ähm oh oh ist das schon ja 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 das hier kommt ja 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 das hier ja 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 Wo ist die denn? Oh, die haben wir auch gut zerfetzt. Ja. Ja. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, oh. Nee, da, weg da, weg da, weg da, weg da. Wie ist das? Nee, da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Nee, da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ach, guck, ey. Kann doch langsam mal fallen, weißt du was? Wir sind das ja aus, komm mir zu, direkt zu mir. Ah. So, jetzt aber, wunderbar. sehr schön sehr schön jetzt kommen wir auf aber wir wissen was gekriegt auch was gescheites bisschen emotionen oder so die gute frage ob ich jetzt weiterkommen oder was immer noch da ich muss natürlich erst wieder für ordnung sorgen jetzt kommt her und du auch hinkommt keiner nein nein die sich irgendwas rum hier sie muss mich reingehen ja 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 auch europäischig trotzdem toll nach wahrscheinlich der dort zu irgendwas rum nur wieder übersehen habe Oh, ein sehr schöne Treffer. Das. Oh, geil. Schön. Hä? Ja, schießt du wieder auf? Nein? Gott. Das ist eine gute Frage. Kommen wir jetzt weiter? Ja, nein. Gib dich zum Bibliotheksplatz. Ja, ich weiß, aber ihr müsst auch hier mal... Das musst du auch hier mal... Dann so... Ich muss die auch schon jetzt alle töten. Ja, klar. Ah, stehst du jetzt auf oder nicht? Oh, guck mal, da räumt ein anderem. Ich hab das gesehen. Seid du denn hier eigentlich? So. Noch einer hier. Vielleicht soll ich mal aufstehen oder nicht jetzt hier? So. Ist genug hier? Ja? Ach, jetzt... Oh. Ja, das sieht hier richtig geil aus. Na, auf jeden Fall. Sehr schön. Hopp. Äh. Ja, jetzt tot. Und nicht. Bist du auf oder nicht? Ja. 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 Da muss ich nachleihen vielleicht, ne? Na, kommt gut, aber ein bisschen leichen hier. Ich werke. Oh, ey. Das tut doch nicht. schön nein 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 ja das meinte er für uns auf jeden fall sicher so rein ja los so ich wollte mir so ein auch 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 aufgefüllt so sonst irgendwas hier was wir jetzt hier so so es ist ein bisschen dunkel hier so es war vorher tun wir jetzt mal schön nachladen die ist sowieso aufgeladen war hier gar nicht dran so und ich würde mal sagen und weiter geht's was oh so äh alles hier so 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 komm jetzt schon auf so da äh 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 wo ich jetzt hin also untersuch die bibliothek mach mal doch äh 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 was ach zu spät schon wieder schießt du auf oder nicht ja dort wird so wo ist das nöbchen da komme ich gar nicht runter los hä hä wie sich da rumkrüppeln manchmal hier ist ja geil Ja, durchsuchen wir alles. Jetzt haben wir schnell hier kommen. Wir sind wieder actionlos. Bahn. Schießt du auf oder schießt du nicht auf? Häää. Komm, jetzt noch ein bisschen vorbeiren hier. Ja, das ist auch ein bisschen zu blöd hier die ganze Zeit. Ach doch, ich musste wieder hier warten. Ist ja klar. Ist ja irgendwie klar. Und jetzt? Ach, komm mal her, hier, los, komm. Ja, wir wollen hier hin, komm. So. Das war's schon. Ach so. Sind wir jetzt hier? Ja. Ich hätte mich auf jeden Fall lieber draußen drauf als in so einem dämlichen Gebäude. Was? Ist der noch mal angerannt hier? Nee, wo noch? Nee, nee, noch hier. Ist der ist doch noch nicht. Nee. 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 Was? Oh, weg, 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 da, los, 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 los. Ach, wir lassen immer so ein bisschen nichts liegen hier. Oh, weiter. Oh. Man untersucht die Bibliotheke, wo ist die denn? Wir haben was drin? Oh. Oh. Alter, das ist doch hier. Äh. Da, mach bumm. Das soll man welche andere mitnehmen hier. So. So. Schießt du auf oder schießt du nicht auf? Äh. Ach, noch einer. Hier können aber auch ganz schön aufdringlich werden. Wisst ihr das eigentlich? Wo ist denn jetzt die Schlüsse? Komm mal her. Da ist einer, ja. Mach ich jetzt das Gebäude rein oder was? Toll. Och. Was jetzt? Äh. Das hört sich immer an hier mit denen. Was ist denn hier aus? Was ist denn hier aus? Ist da irgendwas drin für mich eventuell? Ja, hier nicht. Aber in einem anderen Bunker. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Okay. Ich hab mir die ogen. Eber, das ist nichts. Da, komm her. Ja. und da schnell 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 ach da muss ich rein los kann ich dir mich auch mal in Ruhe lassen schieß das auf oder schieß das nicht wieder auf jetzt ruhe nicht komm her so wie ist denn hier drin aus jetzt hier irgendwas ja damit ist noch was ja 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 so nächste schieß auf oder nicht ach jetzt haben wir es doch für Satz denn dann